Musik Hallo, es ist super, ich bin ein bisschen in Österreich, ganz genau bin ich heute Abend im Hotel Santa Fe und gehe jetzt gleich in die La Cantina, dem Hotel Restaurant, zum Abendbefehl. Ich zeige euch nicht viel, was es gibt, was es kostet und ich zeige euch auch, wie es schmeckt. Das gleiche. Also, 22 Euro für Kinder und 35 Euro für Erwachsensverpreis für 7 Euro, die Klinikbuffet, mit Reservierung ab 18 Uhr hier in der La Cantina im Hotel Santa Fe. Und gleich geht's rein, weg geht die Tür aufgemacht. Oh je. Alles gut. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020